Hallo, wir sind hier im Münzkabinett des Museums für Hamburgische Geschichte. Und hier werden ungefähr 55.000 Münzen und Medaillen verwahrt. Und wenn es einen Ort gibt, wo viele Dinge sind, die glänzen, dann ist das hier. Im Wesentlichen sind es Münzen und Medaillen, aber auch viele Dinge darüber hinaus. Wir haben auch Geldscheine, Geldwagen, Münzstempel. Wir haben eine große Sammlung, die ungefähr 55.000 Objekte umfasst. Der Kernbereich ist Hamburg. Klar, das sollte auch so sein. Und zwar liegt das daran, dass Hamburg die älteste Münzstätte Deutschlands ist. Die Münzprägung beginnt ungefähr kurz vor 1200 und Hamburg prägt immer noch die Euromünzen. Jedes Stück, was ein kleines J hat, kann jeder mal in der Portemonnaie schauen. Das kommt aus Hamburg. Und alle Stücke aus allen Jahrgängen, aus allen Jahrhunderten, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, die findet man hier. Für mich sind Münzen besonders interessant, weil Münzen sind ja eine Miniaturgeschichtsquelle. Immerhin steht da was drauf. Sie sind genau datiert. Insofern sind sie ganz bedeutend für Aussagen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Für uns als historisches Museum sind sie ein besonders schönes Ausstellungsobjekt, weil daran kann man viel erkennen und viel erzählen. Und deswegen spielen sie auch für die Ausstellung eine besonders große Rolle. inzwischen ist sie für ein kleines Jugs попen. JennerChecker